Hallo, liebe Tester-Community. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge der Agile Testbar. Ich bin heute hier der Markus und ich habe einen Gast eingeladen, nämlich Rudolf Grütz. Hallo Markus, schön hier zu sein. Danke für die Einladung. Rudolf, schön, dass du bei uns bist. Bevor wir jetzt richtig starten, wäre es toll, wenn du den Zuhörern einen kurzen Überblick über den Inhalt des heutigen Podcasts geben könntest. Ich werde über das Thema No-Code, Low-Code, Testautomation sprechen. Ich werde erzählen, warum wir in der RBI, also in der Raiffeisenbank International, mein Arbeitgeber, wie wir unsere Testautomationstrategie um No-Code, Low-Code Aspekte erweitert haben, wie wir die Tool-Evaluierung durchgeführt haben und natürlich, was wir daraus gelernt haben. Ja, Rudolf, bevor wir jetzt richtig mit dem Thema loslegen, wäre es toll, wenn du noch ein paar Sätze zu dir selber sagen könntest. Mein Name ist Rudolf, Rudolf Grütz. Ich bin Agile Engineering Coach bei der Raiffeisenbank International in Wien. Dort haben wir so um die 500 agile Teams, die sich mit Softwareentwicklung beschäftigen. Aber wir haben auch das eine oder andere Team, das noch klassisch unterwegs ist. Und als Agile Engineering Coach helfe ich den Teams dabei, agile Engineering Praktiken einzusetzen, richtig umzusetzen. Unser Team ist aus Team Topology Sicht ein Enabler Team. Bei Agile Engineering Praktiken geht es um die Klassiker CI, CD, DevOps, Cloud und natürlich Testautomation. Testautomation ist in allen Teams, egal jetzt ob klassisch oder agil, ein großes Thema und natürlich eine Herausforderung. Da führen wir gerade No-Code, Low-Code Testautomation ein. In meiner Freizeit organisiere ich eine Test-Community mit mehr als 1600 Mitgliedern, die ich 2016 gegründet habe. Hier organisiere ich sechsmal pro Jahr die sogenannten Test-Busters Nights mit vier bis sechs Vorträgen pro Abend. Und in dieser Community biete ich auch kostenlose Fortbildung zum Thema Test und Testautomation an. Was verstehst du unter Low-Code? Hm, gute Frage. Was verstehe ich unter Low-Code? Im Prinzip geht es darum, dass Personen ohne Kenntnisse einer Programmiersprache Tests automatisieren können. Die Herausforderung dabei ist die, dass es nicht so einfach geht. Da gibt es spezielle Werkzeuge dafür. Und das sind eben diese No-Code, Low-Code Tools, mit denen die Anwender, Anwenderinnen mit einer vereinfachten Syntax, mit sogenannter Natural Language Commands, die Testschritte schreiben. Oder wenn es wirklich um No-Code geht, dass die Anwender und die Anwenderinnen einfach mit einer grafischen Oberfläche oder mit Wizards einen Test erarbeiten und die Magie der Automatisierung geschieht im Hintergrund. Kurz gesagt, bei No-Code, Low-Code geht es darum, dass Personen, die keine Programmierkenntnisse haben, auch Tests automatisieren können. Ja, es heißt jetzt, das disruptive Potenzial von Low-Code wird von Marktforschern für hoch gehalten. Das heißt, dieser Low-Code wird die Welt des Testautomatisierens in unserem Fall stark ändern. Wie siehst du das? Genau, es wird die Testautomationsansätze auf den Kopf stellen. Nämlich, dass nicht nur Softwareentwickler oder Tester mit Programmierkenntnissen Tests automatisieren können, sondern auch Business-Analysten, manuelle Tester und Personen aus Fachabteilungen. Bisher ist es ja so, das größte Bottleneck in der Testautomation sind die Tester, die nicht die Skills haben, um Tests zu automatisieren, beziehungsweise die Entwickler haben keine Zeit dafür, weil sie ja Features entwickeln sollen. Also zumindest war es noch ein Produkt und er geht so viel als möglich. Also wird es in der Zukunft so sein, dass es durch No-Code, Low-Code mehr automatisierte Tests geben wird. Ja, ich höre jetzt schon die Coding-Fraktion schreien. Ah, aber die Qualität, die Qualität der Tests, die wird nicht die gleiche sein. Ja, okay, es wird welche geben, die vielleicht nicht die richtige Qualität haben, aber lassen wir mal die Kirche im Dorf. Das Potenzial ist natürlich sehr, sehr groß, damit eine bessere Testabdeckung zu haben, weil mehr Tests automatisiert werden. Weil nun jeder jede Tests automatisieren kann. Okay, da hast du jetzt schon ein bisschen die nächste Frage vorweggenommen, nämlich wie wird Low-Code die Softwarequalitätssicherung verändern? Heißt das auch, dass dann gar keine Entwickler mehr da mitmischen bei der Testautomatisierung oder wie siehst du das? Ich bin ein Verfechter davon, dass Entwickler und Entwicklerinnen auch testen und automatisieren sollen. Ich bin aber genauso dafür, dass Tester und Testerinnen auch Tests automatisieren können, sprich Softwareentwicklung betreiben. Insgesamt gesehen geht es in die Richtung, dass viel mehr Personen und nicht nur die, die das eigentliche Produkt entwickeln, programmieren, sich mit dem Thema Testautomation beschäftigen. Also der Whole-Team-Approach, der soll gelebt werden, das gesamte Team übernimmt Testaktivitäten. Wie waren eure Motive bei der Raiffeisenbank International für den Einstieg ins Thema Low-Code? Naja, wie war der Einstieg? Unser Motiv war es, wie gesagt, mehr Testabdeckung durch automatisierte Tests zu bekommen, um die langwierigen händischen Testcycles zu verkürzen. Wir wollen schneller liefern, aber natürlich auch gleichzeitig die Qualität halten und natürlich noch besser steigern. Also mehr zu automatisieren. Wie ich aber schon vorher gesagt habe, mehr automatisieren hat meistens das Problem, dass es nicht genug Leute gibt, die eben automatisieren können. Und deswegen dachten wir uns, naja, schauen wir uns das Thema Low-Code, Low-Code an. Dann schauen wir, ob es Produkte gibt, mit denen auch Nicht-Techniker, Nicht-Technikerinnen, also ich sage mal Personen ohne Programmiererfahrung auch Testfälle automatisieren können. Und gibt es die Tendenz zu Low-Code bei euch in der RBI auch in anderen Bereichen der Softwareentwicklung? Ja, die gibt es und das war auch unser Gedanke für die Testautomation von dort abzuschauen. Wenn die Entwickler und Entwicklerinnen Low-Code, No-Code Plattformen für die Produkteentwicklung einsetzen, dann muss das Ganze doch auch für die Testautomation möglich sein. Bei der RBI verwenden wir seit einiger Zeit das Produkt Appian für die Entwicklung von Web-Anwendungen. Die Appian Plattform, eben eine Low-Code, No-Code Plattform, umfasst alles, was die Entwickler brauchen, um selbst die komplexesten Prozesse von Anfang bis zum Ende zu entwerfen, zu automatisieren und zu optimieren. Was Appian aber nicht kann, ist, Tests zu automatisieren. Da verweisen sie auf Selenium oder andere Testautomationstools. Also irgendwie krass, aber ja. Appian ist in der Zwischenzeit so wichtig für uns geworden, dass wir sogar einen eigenen Competent Center dafür eingeführt haben. Und wie seid ihr das Thema Low-Code bei der Testautomatisierung dann konkret angegangen? Naja, puh, ich habe mal das Thema Low-Code, No-Code bei Google eingeworfen, also zum Thema Testautomation, habe jede Menge Tools vorgeschlagen bekommen und mir dann gedacht, okay, puh, da reicht eine Google-Suche nicht aus. Was wir dann gemacht haben, ist, wir haben uns mit Stakeholdern zusammengesetzt, haben zehn Requirements definiert, einige davon als Must-Requirements und dann haben wir einige Tools gegen diese Anforderungen geprüft. Die drei Produkte, die den meisten unserer Vorgaben entsprachen, haben wir dann in einem Proof of Concept näher angeschaut. Ja, Rudolf, ihr habt ja bei der RBI eine Testautomation-Strategie. Wie sah die denn vor der Low-Code-Initiative aus? Unsere Testautomation-Strategie ist wie folgt definiert. Dort, wo es Open-Source-Tools gibt, wollen wir Open-Source-Tools verwenden. Und die zweite Definition ist, Testautomation bedeutet Softwareentwicklung. Dementsprechend müssen die Tests in einer Programmiersprache geschrieben werden. Das wiederum bedeutet, nur Personen mit Programmierkenntnissen können Tests automatisieren. So war es zumindest vorher. Und ja, dann kamen neue Regularien wie zum Beispiel DORA, beziehungsweise es wurden welche geändert, BCI, DSS und so weiter. Und wir mussten uns anpassen. Als Antwort auf diese ganzen Änderungen haben wir unsere bestehenden Prozesse überarbeitet und haben auch ein neues IT-Broses-Framework eingeführt. Und im Zuge dessen haben wir festgestellt, naja, dass manche dieser Anforderungen aus den Prozessen heraus nicht so richtig gut abgedeckt sind. Wenn man innerhalb von 15 Minuten feststellen muss, ob nach einem eingespielten Browser-Patch die geschäftskritischen Anwendungen noch funktionieren, so wie zuvor, dann brauchst du einfach automatisierte Tests. Und du brauchst viele automatisierte Tests, sehr viele neue zusätzliche Tests. Und da kommen wir wieder zurück auf das eigentliche Problem. Dafür haben wir aber zu wenig Personal, die Tests automatisieren können. Also haben wir unsere Testautomationsstrategie geändert. In Zukunft sollen auch Personen, die keine Programmierkenntnisse haben, Tests automatisieren können. Und so sind wir zu dem No-Code, Low-Code-Ansatz auch im Bereich Testautomation gekommen. Und wer ist dann die Zielgruppe für eure Low-Code-Testautomation hauptsächlich? Naja, die Zielgruppe sind all jene Mitglieder, also Teammitglieder, die nicht programmieren können und die aber auch automatisieren wollen. Und wir wollten auch die Fachabteilungen mehr ins Boot holen, dass eben auch Personen Tests automatisieren können, die viel über das System wissen, die täglich damit arbeiten. Und das sind natürlich die Fachbereiche und nicht die Programmierer und die Tester. Also ihr habt vor dem Einsatz von Low-Code ein Proof-of-Concept gemacht. Welche Software sollte im Rahmen des Proof-of-Concept automatisiert getestet werden? Also wir haben eine Web-Applikation gesucht, die von vielen Kollegen im Fachbereich angewendet wird. Eine, die auch von Entwicklungsteams verwendet wird. Und schlussendlich haben wir uns dafür entschieden, dass wir unsere Jira-Confluence-Plattform für den Proof-of-Concept verwenden. Und welche Anforderungen sollten in diesem POC abgedeckt werden? Also wie schon gesagt, wir haben 10 Requirements definiert, die durch das Tool abgedeckt werden müssen. Wenn die nicht erfüllt wurden, dann ist das Tool nicht in die nähere Auswahl gekommen. Und vier von diesen Requirements, die waren nicht verhandelbar, also das waren Muss-Kriterien. Ich gehe jetzt nicht auf die einzelnen Details ein, aber im Prinzip ging es dabei um Compliance und Security. Nein, 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 wir sind eine Bank. Das Lizenzmodell. Dann, was wichtig war, war, dass der Funktionsumfang erweiterbar ist. Also dass wir auch, wenn notwendig, auch eigene Features entwickeln können. Und viertens, dass die Test-Automations-Plattformen, dass eben auch Test-Automations-Battern unterstützt werden, wie wiederverwendbare Test-Steps, datengetriebene Tests und vieles mehr. Das Hauptziel war es, herauszufinden, wie leicht es für zu sehr normaler Anwender ist, ohne Programmierkenntnisse Tests zu automatisieren. Okay, also hast du also praktisch die Ziele jetzt auch, nicht nur die Anforderungen gerade dargestellt, oder gab es noch Ziele, die darüber hinausgehen, über das, was du gerade gesagt hast? Naja, also klar, wir wollten die manuellen Test-Aufwände vertürzen, um schneller feststellen zu können, ob eine neue Jira-Version eingesetzt werden kann. Aber dazu müssen wir mal einen Blick auf die Test-Strategie für unsere Jira-Plattform werfen. Die Test-Strategie für unsere Jira-Plattform bestand daraus, dass, wenn ein Release-Upgrade stattgefunden hat, oder wenn ein neues Plugin eingespielt wurde, oder generelle Anpassungen stattgefunden haben, dass eine Gruppe Jira-Verantwortlicher die Jira-Features getestet haben, die sie in ihrem Jira-Projekt anwenden. Es wurde getestet, ob noch funktioniert, dass man Storys anlegen kann, Tasks anlegen kann. Funktionieren die Plugins noch? Und das Wichtigste natürlich war zu testen, ob die eigentlichen Jira-Workflows noch funktionieren. Wir verwenden eine Menge Standard-Jira-Workflows, aber sehr, sehr viele unserer Workflows sind auch angepasst. Und die mussten wiederum von den Projektverantwortlichen getestet werden. Projektverantwortliche können sein Scrum Master, Delivery Leads, Product Owner. Also nicht unbedingt Personen mit Programmierkenntnissen. Um auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, was sollte vom BOC abgedeckt werden? Wir wollten wissen, ob die Jira-Projektverantwortlichen ohne Programmierkenntnisse ihre Tests automatisieren können. Ob sie Tests für die Jira-Workflows automatisieren können. Um einen neuen Jira-Release zu testen, brauchen unsere Jira-Projektverantwortlichen ca. 100 Stunden. 4 Releases pro Jahr haben wir. Also reden wir von ca. 400 Stunden manuellen Tests pro Jahr. Und den Aufwand wollten wir reduzieren. Und nachdem wir die Anzahl Releases pro Jahr auch noch verdoppeln müssen, führte einfach kein Weg an Automatisierung vorbei. Und aus welchen Schritten bestand dann euer Vorgehen? Also, wir haben uns am Markt umgeschaut, haben geschaut, welche Tools gibt es, was können diese und was können diese nicht. Haben eine Longlist mit 10 Produkten erstellt. Die Longlists haben wir dann noch einmal durchgegangen, haben sie fein justiert und zum Schluss hatten wir eine Shortlist mit drei Produkten. Und das Erstgereite davon hat alle Muss-Kriterien erfüllt. Und in dem Bluff of Concept haben wir uns dann dieses Tool angeschaut. Und welches Tool habt ihr dann letztlich ausgewählt? Naja, wie gesagt, das Erstgereite Tool und das Erstgereite Tool, das war Virtuoso von SpotQA. Und ja, das haben wir nach einem erfolgreichen POC auch schlussendlich angeschafft. Aber Virtuoso ist ja nicht nur ein Low-Code-Tool, sondern auch ein KI-basiertes. Wie wichtig waren euch die KI-Bestandteile beim ausgewählten Tool? Eines unserer vier Muss-Kriterien war, wie gesagt, die Erweiterbarkeit des Funktionsumfanges. Und Virtuoso kann mit selbstentwickelten Plugins erweitert werden. Aber da sind natürlich Programmierkenntnisse wieder ins Spiel gekommen. Und genau dafür gibt es bei Virtuoso einen Coding-Copilot, der natürlich, na no, na net, auf KI basiert, auf künstlicher Intelligenz basiert. Und die zweite Geschichte zum Thema künstlicher Intelligenz war, dass wir Unterstützung beim Generieren von Testdaten bekommen. Auch da ist die Virtuoso KI ins Spiel gekommen. Gut, und jetzt hast du schon einiges gesagt, was für Virtuoso gesprochen hat. Gab es auch was gegen Virtuoso gesprochen hat? Es ist ein kommerzielles Tool und nicht Open Source. Das hat im Prinzip dagegen gesprochen. Nachdem aber mehr für Virtuoso gesprochen hat als gegen Virtuoso, ist es schlussendlich Virtuoso geworden. Was waren die wesentlichen Erkenntnisse eures POCs? Ein Erkenntnis, und das war natürlich das Wichtigste, war, mit Virtuoso können auch Personen ohne Programmierkenntnisse Tests automatisieren. Ein Beispiel dazu, wir hatten am dritten Tag auch Personen aus der Fachabteilung dabei. Wir wollten es Ihnen mal zeigen, wollten Sie damit arbeiten lassen. Ein Kollege hatte die Aufgabe, das Login für die Web-Applikation zu automatisieren, also mit dem er eben arbeitet. Und der Kollege hat, ohne irgendwelche Programmierkenntnisse zu haben, innerhalb von 15 Minuten mit fünf Zeilen Natural Language Commons das Login automatisiert. Also, das kann sich sehen lassen. Konnte durch die Einführung von Low-Code, konnten damit Kosten gespart werden? Und wie habt ihr das gegebenenfalls nachgewiesen? Naja, das ist eine Milchmädchenrechnung jetzt. Der Testaufwand für die manuellen Tests unserer Chira-Plattform pro Jahr betrug rund 400 Stunden. Mit Virtuoso sind wir von 400 Stunden auf 50 Stunden runtergekommen, ausgehend davon, dass wir die Releases verdoppeln wollen, verdoppeln müssen, heißt das, in Zukunft 800 Stunden Tests werden in 100 Stunden abgefackelt. Und das Ganze machen ein paar GitHub-Runners in der Cloud. Dem gegenüberstellen muss man natürlich zwei Wochen Proof of Concept, aber das rechnet sich schon. Den Proof of Concept hat ein Ferialpraktikant durchgeführt, ohne Programmierkenntnisse. Also, was soll ich mehr dazu sagen? Und in welchem Bereich der Testautomatisierung erwartet ihr dann die meisten Kostenvorteile durch den Einsatz von Virtuoso? Im Wesentlichen bei der Erstellung und Wartung von automatisierten Tests. Es können jetzt mehr Leute Tests automatisieren als bisher und wir haben eine größere Testabdeckung. Was ist denn bei der Testautomatisierung mit Low-Code dann zu berücksichtigen? Auch wenn Low-Code-Lösungen einfacher sind, sollten Personen, die automatisieren, ein Grundverständnis vom Testen haben, um sinnvolle Testszenarien zu erstellen. Also, ein Test, der nur prüft, ob jetzt ein Button grün oder blau ist, macht nicht unbedingt Sinn. Es ist wichtig, dass man eben schaut, ob die Plattform mit dem Wachstum der Anwendung und einer zunehmenden Anzahl von Tests mithalten kann. Die Skalierung kann natürlich ein Problem sein. Außerdem ist es wichtig, darauf zu achten, dass sich die Plattform in bestehende Prozesse und Tools integrieren lässt, um jetzt reibungslose Testabläufe im Testprozess zu gewährleisten. Und das Wichtigste natürlich ist, dass die Personen, die das Tool anwenden sollen, dass sie es auch anwenden wollen. Wenn der Fachbereich die Einstellung hat, naja, automatisieren ist nicht meine Aufgabe, dann bringt das beste Tool nichts. Dann kannst du das vergessen. Das sind sicher Gesichtspunkte, aber wie habt ihr denn jetzt in eurem PC die Ausbildung der Anwender organisiert? Nachdem wir vorgegeben haben, dass das Tool leicht anzuwenden sein muss, haben wir das bei der Ausbildung auch so gesehen. Die Anwender, die Anwenderinnen müssen es ohne großen Aufwand selbstständiger lernen können. Es muss Dokumentation geben, es muss Schulungsvideos vom Anbieter geben. Das war unsere Vorgabe. Den Ferialpraktikanten, der den BOC umgesetzt hat, den haben wir die Webseite gezeigt, haben gesagt, da ist die Dokumentation, da sind die Videos, schaut euch das Ganze an und leg los. Und es hat funktioniert. Naja, vorher haben wir ihm noch eine Stunde eine Einführung in Jira gegeben. Kannst du Empfehlungen geben für Leute, die sich mit Virtuoso beschäftigen wollen? Ja, natürlich. Den offiziellen Link zur Virtuoso-Webseite, der wird in den Shownotes von dem Podcast zur Verfügung gestellt. Es gibt dort sehr gute Dokumentation, es gibt dort sehr gute Videos. Ich kann die offizielle Webseite nur schwer empfehlen. Wir stellen die, wie du möchtest, in die Shownotes. Und jetzt, wenn jemand dich kontaktieren will zu dem Thema, wie sollte er da vorgehen? Ich würde sagen, wir machen das Gleiche. Wir schreiben einfach die Informationen in die Shownotes von dem Podcast rein. Meine Kontaktdaten finden die Zuhörer dann dort. Und ich bin auf LinkedIn, ganz leicht zu finden. Dort gibt es nur einen Rudolf Krötz mit Öl. Also auch wiederum nichts Besonderes. Super, danke dir. Vielen Dank, Rudolf, dass du dir die Zeit genommen hast, den Podcast mit mir aufzunehmen. Wir haben viele Einblicke ins Thema gewinnen können. Danke, Markus, für die Einladung. Hat kurzen Spaß gemacht. War toll dabei zu sein. Wenn aus der Tester-Community noch jemand Anregungen hat oder Feedback geben will, dann schreibt er bitte an podcast.gittera.de. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Podcast. Bis zum nächsten Mal.